Ich hatte an das Bistum Freiburg, also das von dem Bischof Zollitsch, eine Mail geschickt, als er das Ultimatum an die Frau Lothäuser-Schnarrenberger gestellt hatte. Und just an dem Tag, wo Ackermann die Vertuschung zugegeben hat, habe ich eine Mail von denen zurückbekommen. Da stand natürlich nur das übliche Blabla drin und sie meinten dann, von einer Bundesministerin dürfen wir als Bundesbürger erwarten, dass sie sich mit den Fakten vertraut macht und nicht durch falsche Tatsachen behaupten dazu beiträgt, die Realität zu verzerren und Stimmungen zu schüren. Da muss ich morgen nochmal an das Bistum mailen, was jetzt konkret diese falschen Tatsachenbehauptungen seien. Also ich habe das natürlich untersucht oder diese Statements, die mir vorlagen, versucht herauszufinden, was könnten hier falsche Tatsachenbehauptungen sein. Ich habe allerdings keine gefunden. Sie sagt ja nur, sie hat nicht den Eindruck, dass die Kirche sich hier durch Aufklärungswillen hervortut. Und da will ich nochmal fragen, was die da konkret für Punkte haben, wo sie sagen, das ist eine falsche Tatsache. Behauptung. Andernfalls würden sie ja eine falsche Tatsachenbehauptung aufstellen über die Justizministerin. Ja, aber wer an Engel glaubt oder an die jungfräuliche Geburt oder dass Teufel in Schweine ausgetrieben werden können, der kann doch nicht von anderen sagen, dass sie die Realität verzerren. Das ist doch eher so, dass der ganze katholische Verein doch von Grund auf davon lebt, die Realität zu verzerren und irgendwelche Geisterwesen herbeizubeten, die dann irgendwelche auf Bitten helfen. Und dann wirft er dann den säkulären, eher rational zugewandten Medien, die das berichten sollten, was da ist, vor die Realität zu verzerren. Das ist doch irgendwie aus dem Porzellanglashaus mit Riesensteinwerfen. Ich weiß auch nicht, wie man das noch steigern kann.